Dänemark ist nicht Ihr Freund. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Die ganze Dänischen Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die sie zuvor hierher gebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr wird sie alle entschaffen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Willst du? Nein, Herr Feldwebel! Ich bin alle Idioten! Ich bin alle ein Haufen von deutschen Vollidioten! Ich habe einen! Ich habe einen! Tschüss. Stop! Die små drenge, Ebbe. Die små drenge, der råber på deres mor, når de bliver bange. Lad for at sprunke narme og ben af. Det synes jeg godt, Karl. Og jeg hører mere om de drenge, så tager jeg selv ud og skyder dem ind fra en. Forstår du det? Ich bin alle! Ich bin alle! Ernst, komm bitte! Kom her! Ernst! Komm bitte! Du kunne godt have fortalte, at det var nogle små drenge, jeg fik op, Ebbe. Du har ikke begyndt at holde af dem, vel? Nej. Jeg synes, hvis man er gammel nok til at gå i krig, så er man også gammel nok til at bryde op efter sig selv. Du! Husk, hvad I har gjort. Eller det med os. Bitte Hull. Es ist fast vorbei. Ja, es ist fast vorbei. Ich komme wieder nach Hause. Ich komme wieder nach Hause. Ja.